Truth News? Truth News! 2 nach 9 am Montag und Wissenschaftler der Universität in Bonn haben jetzt herausgefunden, dass wir Deutsche pro Tag durchschnittlich 88 Mal auf unser Smartphone schauen. Ja, ach, das kommt hin. So ein 80 Mal, na klar. Also durchschnittlich. Es gibt natürlich einige, die das wesentlich öfter tun. Ich meine, ich kenne Jugendliche, die schauen pro Tag nur dreimal auf ihr Smartphone. Dann allerdings gleich für 6 Stunden. Truth News!